Springen wollte ich! Springen! Das wird echt frustrierend, Leute. Ja, das wird besucht. Ich suche mal da ein Schaffe. Wasch, mein Achener. Okay, da muss man glaube ich schneller rupfen. Ich habe das schon wieder vergessen, wie ich das das letzte Mal geschafft habe. Mit den anderen... Normalerweise waren das Quadrate und keine runden Punkte. Obwohl ich das letzte Mal so verzweifelt bin. Ja, die Kugel springt übrigens nur, wenn sie Bodenkontakt hat. Nicht, dass es so aussieht, als wäre ich hier voll der Überloser. Die könnte nicht richtig springen. Was ich anscheinend bin? Was ich anscheinend bin? Ich bin dran. Ich bin dran. Das sind doch nur vier. Ich kann ja jetzt schon wieder ein krampf in den Fingern haben und kratzen im Hals, aber das stört mich nicht weiter, denn... Hm, da. Ich bin so wie in den Hals gefahren, deswegen kann ich nicht weiter. Nein, das tut nicht weh. Man gewöhnt sich dran. Es gibt ja keinen einfachen Trick, wenn man da rüber kann. Nein! Das war der Trick nicht. Das war auch keine Abkürzung. Zumindest keine Valide. Und ich bin voll müde von wenig schlafen. Spups, bin ich schon wieder in der Hölle. Das ist auf jeden Fall. Ja, da. Ich bin mit dem Torx. Ok, ich bin mit dem Stumpf. Es läuft die Abkürzung. Ich hüpfe da rauf, dann hüpfe ich da rüber und dann hüpfe ich da rüber und dann hüpfe ich hier rüber. Und halt dann. Und was passiert jetzt? Ein Checkpoint. Ich hab es geschafft! Ich hab es geschafft! Ich bin über diese Fassade-Dingsbums da rüber. Und jetzt muss ich wissen, wo ich hinspringen soll. Also. Tust du so, als würdest ich da hinspringen. Und um. Scheibenkäse. Okay. Runter. Und hier rauf. Und hüpfe. Ja. Und hier rauf. Hups. Gut. Warten, dass du runterlangen hast. Ja. Und. Da rüber. Und jetzt? Schätze ich mal, ich muss da rüber. Ja. Ja, vielleicht sollte ich das Ding noch treffen. Das würde es einigermaßen leichter machen. Und. 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 Und das. Und das. Und ich bin oben. Und jetzt werde ich hier hoch beschleunigt. Oder auch nicht. Gut. So langsam möchte ich hier runterladen. Oder auch nicht. Aber es wird schon. Ich schaff das. Das Spiel zwingt mich noch mal zusammen. Ich schaff das Ding. Dann dreh ich nämlich ab. Oh. Oder ich drehe auch zu hart. Ich habe gedacht, die Vierer wären schon schwierig. Aber jetzt scheitere ich ja schon in diesem Spring-Pakou. Ich kann es auch gleich lassen. Aber das werde ich natürlich nicht tun. Ich kenne mich doch. 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 Das war's. Oh, pick up tight. Oh, pick up tight. Irgendwann hab ich Übungen da drin. Wahrscheinlich ist ein Zeug, aber nie. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Schön, wie optimistisch der Sekundenzahler eben ist. Nee, weil ich brauche. Aber wenigstens schaffe ich das inzwischen schon fast. Auswendig. Vom ersten Mal hab ich's fast geschafft und dann nie wieder. Schön. Ja. 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 Und es gibt wirklich einen Time-Trial-Modus für diese ganze Nacht. Ja. 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 Und meine Bicke. Ja. 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 Schön, wenn die Bremse eine Sekunde zu spät dabei ist. Was ist die Sonne eigentlich? Der spielt jetzt mich doch! Der spielt jetzt nicht. Der spielt jetzt nicht wirklich. Schön, dass ich schon 1500 Sekunden hier erwarte. Da bin ich. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Warte. Das ist die Sonne. Und das doofe ist, das ist kein Checkpoint. NAH, das ist kein Checkpoint! Das ist doch nicht so kauf! Und das war mir so klar, dass ich da wieder runterfalle. Ich muss unten gerissen. Naja, wenigstens habe ich den Trick inzwischen schon raus. Den überhaupt nicht Leute, seine Ballerspiele machen aggressiv Die Karten sind auf der Weggewerben Die Karten sind auf der Weggewerben Das ist, dass Sie mit den Karten Die Karten sind auf der Weggewerben Die Karten sind auf der Weggewerben So, ich möchte jetzt keinen Speichern. So, ich möchte jetzt einen 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 Speichern. Das ist die Situation. Konzentration Ein Checkpoint, ein Checkpoint, ein Checkpoint Und es geht hinauf Das war eine Gegend, die mich an Marble Madness erinnert Okay Und ich kann es genauso gut wie damals Nein! Ich bin auf! Ich bin auf! Ich bin auf! Du bist ein Schicht. Finde!